Walking, walking, walking around on a Friday night, just before kickoff. Ein sehr wegweisendes Spiel. Nach oben werden wir nicht mehr angreifen, aber es könnten uns auf jeden Fall deutlich Luft zum Abschließkampf verschaffen. Nein, deutlich auch nicht, aber ein bisschen Luft. Von daher, Heimsieg gegen Kiel. Nach dem Sieg im Hinspiel wäre das eigentlich das richtige Zeichen. Vamos. Wenn man hier letztes Mal schon Glück gebracht hat, da war ich letztes Mal auch da. Da hat es gegen Pauli gereicht. Dann wird es ja wohl gegen Kiel auch klappen. Ist ja auch nordisch. Und er ist auch da. Vielleicht ist der ein oder andere von euch ja im Stadion und sieht sich da selber. Auf geht's, ab geht's. Aber während das hier läuft, muss erstmal gekocht werden. Ja, das sieht jetzt noch nicht so beeindruckend aus, aber es war die letzten Tage kulinarisch ansprechend genug. Ich bin übrigens fast sicher, dass Martin Kind, Maxi Bayer, in den er ja offensichtlich verliebt ist, zumindest wenn man den Zitaten glauben darf, nur so gerne mag, weil der ja den gleichen Namen hat wie ich. Ich kann mir das anders nicht erklären. Der muss doch diese Videos gucken, oder? Martin, meld dich mal. Ich würde mich freuen. Oh Gott, der Platz. Was ist das denn hier? Sind wir heute beim Schwimmen oder sind wir beim Fußball? Uiuiuiuiui. Abfahrt. Wenn wir noch miteinander Freunde werden wollen, dann wirst du dich aber gleich mal ganz dolle anstrengen, dass das hier besser läuft. Schon die erste gute Chance für Kiel, aber auch die erste gute für 96. Stolze wird gehalten im 16er, wo er einläuft. Guter Ball in der Mitte, gut eingelaufen, wird gehalten. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht als deine Aufgabe, dann nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Duik in Kiel ist besser wahrscheinlich, aber jetzt hätten wir gerade führen müssen. Also das Ding, ui, die Erholung kommt wahrscheinlich gleich erst, aber das hätte gerade durchaus reingehen dürfen. Und hier kommt die Chance. Oh, gut von Stolze und Kerk. Und nochmal Bayer. Oh Mann ey, das muss halt die Führung sein. Aber Stolze sehr stark. Boah, jetzt sind wir gerade am Drücker. Unglaublicher Freistoß gerade von Kerk, wieder Schlitzohr vor dem Herrn. Komische Perspektive, ne? Ich bin irgendwie two-faced gerade. Aber Heimsieg, 2 zu 0. Video kam schon, habt ihr schon gesehen. Das Ganze hier kommt ein bisschen später. Wie geil war das bitte? Gerne immer weiter so. Und jetzt haben wir Samstag Nachmittag. Ich habe richtige Bundesliga-Vibes. Nicht auf 96 bezogen, weil davon sind wir immer noch Lichtjahre entfernt, sondern generell, also eigentlich auf 96 bezogen. Aber auch generell, weil später Bundesliga ist. Vorher haben wir aber noch ein 96-Thema. Das muss ich dringend nur ansprechen. Das Thema Torhymne. Ach Leute, wir machen mal kurz den Vergleich. Gutes Licht wieder. Aber ich bin der Meinung, die ist überholt. Ich war damals live dabei, sozusagen als die eingeführt wurde. Da saß ich nämlich mit dem Christian Bönig, dem damaligen Leiter Communications zusammen. Da fand ich es noch cool. Mittlerweile... Ach, Viva La Vida war so viel geiler. Wir brauchen eine neue Torhymne. Schreibt mal Vorschläge für die Torhymne in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, was ihr da fühlen würdet. Ob sowas wie früher, Liquido mit Narcotic oder halt eben Viva La Vida. Bin gespannt, was er sagt. Aber das muss weg. So. Ihr habt es gesehen, ich habe Einwürfe geübt. Für wann auch immer. Positiv. Alle meine Spieler, die ich habe, stehen bei... Also Kick-Bass-Technisch stehen in der Startelf. Negativ. Anpfiff ist in sieben Minuten und ich brauche noch 20 Minuten nach Hause. Also Yala Abfahrt. Rote Karte für Branford. Das ist ganz imminent wichtig für Newcastle. Die können sich heute richtig befreien. Ja, sehr gut. Newcastle hier. Ja, 0-0. Rote Karte haben wir ja gesehen. Zweite Halbzeitkonferenz. Gucken wir gleich da. Oh, Meister. Da haben wir wieder tierischen Besuch. Steht fast in der Luft wie Ronaldo. Ja, mit der richtigen Rückennummer auch. Dazu sitzt ein gefrorener Proteinshade. Juhu. Big Boy Joe macht das 2-0 hier. Was willst du denn mehr? Und jetzt kommt Wurz, Freistoß und... Schade. Aber Union führt anscheinend 2-0. Auch schön zu wissen. Im Vorraum. Danke für den Spoiler. Der Fußball ist ja alles schön und gut. Aber mein eigentliches Highlight ist jedes Mal ja wieder in den letzten Wochen und Tagen. Ja, hallo. Da sitzt du. Ja. Ohne Witz, wie viel Hunde einem bedeuten können. Beziehungsweise wie die einfach eine Stimmung in einem Raum aufhellen können. Das ist fantastisch. Da kann Newcastle gewinnen und da kann auch von mir aus Real später noch gewinnen. Schauen wir mal. Aber ich stelle Lacroix auf. Der kriegt eine rote Karte. Ich stelle Player nicht auf, sondern Modest. Player macht 2 Vorlagen und 278 Kickbase-Punkte. Ich stelle Upa nicht auf. Guerreiro auch nicht. Mal sehen, ob der morgen spielt. Aber Upa steht in der Startelf. Das kannst du dir alles nicht ausdenken. So viel Entscheidungspech dieses Wochenende. Meine Güte. Aber wieder Hybridlösung hier. War ja noch mein Bildschirm. Taubspiel heute Abend hier. 0-0 aktuell noch. Und Real auf dem ganz kleinen Bildschirm. Auch 0-0 noch. Komm, Vicky, zeig mal was. Und es wird nebenbei gekocht. Na ja, es wird Salat geschnippelt. Bisher ist das noch nicht so richtig... ...beeindruckend, muss man sagen. Mal sehen, ob das noch kommt. Ja, das wird langsam besser. Hier gerade wir EA-Einsatz. Deswegen weiter 0-0. Hier wird es auch langsam besser. Das ist mal richtig gut jetzt. Jetzt sieht das doch richtig gut aus. Abfahrt. Let's go. Und komm mit der zweiten Halbzeit. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Meine Güte. So spät, aber so wichtig. Und wenn sie mal ist, dann scheint auch wieder ein bisschen in Form. Das ist natürlich überragend gespielt auch. Oh, Gott sei Dank. Und Sané hat getroffen. Mein Spieler. Ich mach mal ohne mein Mikrofon. Ich glaub, das müsste auch so funktionieren. Das war doch mal ein ganz solider Start in die Weekend League, oder? Mit so einem Sieg kann man noch reingehen. Erstes Spiel, erster Quit. Ich mach natürlich jetzt nicht hier zu viel gameplay direkt zum Anfang. Ihr werdet noch genug Weekend League Content sehen. Wahrscheinlich wieder ein Endspurt. Ich hab auch am Team nichts verändert. Von daher so richtig spannend ist es nicht. Allerdings mach ich nochmal eine zweite Runde mit diesem Team, in Anführungsstrichen. Bevor ich auch eine Bewertung mache. Weil letzte Woche war das so ein bisschen schwierig, fand ich. Dementsprechend diese Woche nochmal von Neuem. Und dann gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. Und wie ich am Ende die jeweiligen Spieler bewerte. Wir haben schon wieder todes spät am Samstag. Bundesliga ist vorbei. Der Samstagabend ist vorbei. Das heißt jetzt so ein bisschen FIFA-Content. Mal sehen, was ich morgen früh hier produziere. Irgendwas werde ich euch da auch zeigen. Damit das Video auch wieder so ein bisschen in Richtung FIFA-Vlog geht. Wir haben Silberstars. Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir da morgen mal ein kurzes Review. Für den Moment. Ich trage noch ein bisschen weiter. Dann melde ich mich nochmal, wenn ich für heute zumindest durch bin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt mache. Weil ich habe es nicht aufgenommen. Aber ich habe gesagt, das war wirklich fantastisch, das Tor. Ich blende es euch jetzt hier mal ein. Ich habe gerade das 7 zu 1 gemacht. Also ich stehe in 7 zu 1. Und das Tor von Frimpong war eine absolute Masterklasse. Und das schon nach zwei Minuten. Also relativ guter Start ins Spiel. Dass Frimpong sowas überhaupt kann. Ich habe ja die RM-Card. Die spielt sich generell als Rechtsverteidiger sehr gut. Aber der Abschluss war wirklich überragend. Mit natürlich grünem Time-Finish. Das versteht sich von selber. Aber ja. Ich bin ziemlich zufrieden damit, muss ich sagen. Weil ich ehrlich gesagt nicht... Ja, erwartet hätte erwartet. Das ist auch falsch. Aber nichtsdestotrotz, ich bin überrascht, dass es so gut lief jetzt. Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Dementsprechend, ja, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Für euch ungefähr eine Millisekunde später. Für mich neun Stunden um den Dreh. Wenn ihr euch fragt, warum hast du denn jetzt eine Mütze auf? Ja, natürlich hat das was mit meinen Haaren zu tun. Wollen wir nicht um heißen Brei rumreden. So ist das. Wir gucken einmal kurz auf die Transferliste. Ich habe zwei Sachen verkauft über Nacht. Und zwar ein Suarez und ein Acherbi. Ich mache aktuell wieder überteuert verkaufen. Den Trick erkläre ich nochmal ganz, ganz kurz. Im Endeffekt gibt es immer Leute, die die Spieler teurer kaufen, als sie eigentlich sind. Einfach, weil sie sie schnell brauchen für SBCs. Oder weil sie faul sind. Oder wie auch immer, weil sie sich verlesen. Deswegen kann man relativ simpel einfach die Spieler zum Marktpreis kaufen. Wie in diesem Fall jetzt ein Acherbi für knapp 2.500 Münzen. Wenn überhaupt. Gestern war der noch deutlich teurer. Ich habe gerade gesehen. Verkauft habe ich ihn für 5.400. So 2.300 ist aktuell. Ja, Preis 2.200 kaufen wir ihn. Und dann stellen wir ihn teurer drauf. Allerdings jetzt nicht für 5.400, sondern normalerweise mal so 30% mehr. In dem Fall gehe ich jetzt auf 3.900 Münzen. Der könnte sich natürlich auch wieder für 5.400 verkaufen. Aber das will ich nicht riskieren. Deswegen gehe ich auf 3.900. Und so verkauft man die relativ schnell und macht jeweils einen Profit. Bei Suarez das gleiche. Und was der sogar mittlerweile noch ein bisschen günstiger ist. Aber trotzdem stelle ich ihn so ungefähr für 36.250 drauf. Das sind ungefähr 10.000 Coins mehr. Das heißt, jemand könnte sich vergucken. Und ich mache im so oder so Fall ungefähr 5.000 Münzen Profit. Das ist so das Minimum, was ich da haben will. Ich habe ja gesagt, wir sprechen ein bisschen über die Silberstars. Und das können wir auch tun. Allerdings gibt es nicht so viel zu bequaken. Ihr habt gerade schon gesehen. Ich habe hier noch zwei Duplikate rumfliegen. Und zwar ein Dombele und Firmino. Das ist ein bisschen blöd jetzt in der aktuellen Situation. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ich keine Packs öffnen kann. Und ich habe noch ein paar, die ich gerne öffnen würde. Auch wenn es ja aktuell keine Promo gibt. Aber ansonsten mache ich in FIFA aktuell nicht viel. Abgesehen davon, dass ich halt eben in meinem Weekend League Team spiele. Davon kriegt ihr später noch ein Review. Ich stehe jetzt übrigens 9 zu 1. Also ich habe noch zwei Spiele gemacht gestern. Sieht sehr, sehr gut aus. Werden natürlich heute weiterspielen. Heute Abend wird es wieder einen Endspurt geben, den ihr dann auch sehen werdet. Aber wenn man in die Ziele reinguckt, sieht man, wir haben auch ein bisschen was zum Erspielen theoretisch. Ich finde nicht alle interessant. Ich spiele tatsächlich dieses Jahr nicht so viel Silber. Ich finde aber sehr schön, dass den Leuten, die das feiern, die Optionen geboten wird. Sinja macht das zum Beispiel sehr, sehr gerne. Leit sieht natürlich überragend aus mit seinem 95 Tempo. Ist halt Deutsche Lacroix und Silber Lacroix. Aber Tajesh Manjo sieht auch sehr gut aus an sich. Gerade als super Sub theoretisch für Leute, die nicht so viele Coins haben. Rico sieht auch gut aus. Der sieht sogar als normaler Linksverteidiger gut aus. Also den werde ich mir wahrscheinlich doch nochmal erspielen. Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Kann man aber zeitgleich mit Joel Lindnern, will ich haben, weil er bei Newcastle spielt. Und weil die Karte recht solide aussieht tatsächlich. Das geht sogar für ein normales Team. Der könnte aber diese Woche auch ein Inform bekommen. Hat nämlich gestern für Newcastle ein Tor gemacht beim Sieg gegen Brentford. Passenderweise. Wo Henry glaube ich nicht gespielt hat. Weiß ich nicht richtig. Aber auf jeden Fall ist sein Companion oder Silber auf seiner Seite mit Rot vom Platz geflogen. Und dazu haben wir eben noch die SPCs. Beziehungsweise die besondere SPC von Pogba. Die Flashback Silber SPC. Erstmal der Bräune. Der sieht ganz cool aus. Hat ähnliche Stats wie seine normale Karte. Zumindest wenn man mal wirklich bedenkt, dass der 16 Rating unterschiedet oder sogar 17. Allerdings, ja, man kann auch die normale Karte kaufen. Also den werde ich nicht machen, auch wenn ich das Design cool finde. Pogba hingegen hat fast bessere Stats als seine normale Karte. Einfach deswegen, weil er mehr Defending hat. Das heißt, der hat wirklich marginal weniger Dribbling, marginal weniger passen. Ein Tempo mehr, deutlich weniger Physis, aber dafür mehr Defending. Und zwar ordentlich mehr Defending. Mit einem Campstyle könnte der ganz cool sein. Und den werde ich glaube ich sogar wirklich machen. Vielleicht boostet der sich ja auch ingame so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel Ausdauer die normale Karte hat. Das ist noch ein Nachteil. Aber ansonsten sehr, sehr cool. Gerade mit eben diesem Kart-Design. Mit der Frisur sieht das sehr nice aus. Und Anthony Ilanga, momentan ja einer der gehyptesten Youngstars überhaupt. Ist ja bei United im Kommen. Sieht auch ganz cool aus, muss man sagen. Mit dem Tempo, mit dem Dribbling. Ist natürlich ein bisschen zu wenig Dribbling an sich. Aber für einen Silberspieler, für den Silberlounge sehr, sehr geil. Ich werde ihn nicht machen. Viele werden ihn machen. Viele werden ihn fühlen. Und in der Silberlounge sicherlich auch überragend. Ich weiß nicht, ob er wirklich im normalen Spiel irgendeine Relevanz hat. Renier hingegen 87, Dribbling 85 Schuss. Zugegebenermaßen mit 90. Tempo jetzt nicht so schnell wie Ilanga. Aber ansonsten sieht die Karte sehr, sehr stark aus. Hatte ja bereits vor zwei Jahren, glaube ich mal, so eine ähnliche Special-Karte. Also die kann man, finde ich, auch mitnehmen. Gerade wenn man in der Bundesliga nochmal eine brasilianische Alternative braucht. Gegebenenfalls auch für das Teambuilding. Also ich glaube, wenn ich zwei machen werde, dann den Renier und Paul Pogba. Wir gucken mal ganz kurz rein, was man für die beiden benötigt. Einmal 83er-Bewertung und einen Franzosen. Und für Renier ist es, glaube ich, auch eine 83er-Bewertung. So ist es und ein Brasilianer. Also wirklich machbare Anforderungen. Ich warte aber auf irgendwas verzweifelt, wofür ich dann meinen Dembélé eintauschen kann. Und meinen Firmino, die ich doppelt habe. Zugegeben, ich habe auch noch einen abgestoßenen Inform-Dembélé, den ich hier herstellen möchte. Das heißt, ich bräuchte sogar zwei SPCs, wo so ein Rating verlangt wird. Und da ich Inform-Namer habe, brauche ich diesen hier nicht. Möchte ich darüber sprechen, dass ein Kunku nicht in der Startelf steht? Ich glaube, tatsächlich eher nicht. Aber dafür wenigstens Soho-Schlei. Jetzt müssen die Jungs auch nur was machen. Auch wenn ich ja per se erstmal sage, Bochum zu Hause ist ein sehr schwerer Gegner. Ihr seht's, Endspurt. Fünf Spiele verbleiben noch. Da mal rein da. Das ist genau das, was wir jetzt gerade brauchen. Das ist genau das, was wir jetzt machen. Das ist genau das, was wir jetzt machen. Ich weiß sowieso meine Schwächen in FIFA. Das ist genau das, was wir jetzt machen. Ja, ist richtig. Meine Fresse, Alter. Das macht einfach keinen Bock. Oh, diese Server sind so bodenlos, Alter. Ich habe schon viermal Pass gedrückt. Meine Güte, nochmal. Ja, ach, komm. Oh Gott, das ist alles so schlecht hier. Ja, wirklich, es ist alles schlecht, was hier passiert gerade. Ich kann das nicht mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich werde nach dem Spiel aufhören, ganz einfach. Das ist so schlecht wirklich. Ich habe übrigens meine Taktik auf Pressing, auf stetiges Pressing. Das ist das, was bei meinem Team dabei rumkommt. Das ist natürlich absolut überragend, muss man schon sagen. So macht das richtig Spaß. Ey, auch jeder Abpraller ist bei, ey, wirklich. Ey, komm, das ist alles. Tschüss. Wir müssen übrigens nicht darüber reden, dass ich gechokt habe dann, ne? Also, 13 zu 7. Die Pillar-Picks waren trotzdem sehr gut. Kann man sich nicht beklagen, aber das hat mich gestern Abend gebrochen. Dank der Server, die letzten sieben Spiele, ich glaube, fünf verloren. Und von den letzten fünf, entweder drei oder vier. Das war nicht geil. Ich muss auch einfach lernen, dann am Ende zu spielen, wenn die Server gut sind. Und zwar Samstag, sondern nicht mal auf Sonntag auf Krampf zu warten. Weil das ist nur kontraproduktiv. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Mittwoch. Matchday. Es ist so bald. 96 gegen Leipzig. 1543 in knapp drei Stunden des Anpfiff. You ready? I'm ready. Letzter Part dieses Videos. Ich bin so gespannt, wie das laufen wird. Bamos. Aufstellung ist da. Zieler im Tor. Bayer Sturmspitze anscheinend. Kaiser Startelf. Dimas auch Startelf. Kerk Startelf und Dua auch. Also, irgendwie eine komische Aufstellung, aber wird schon. Sieht noch mit 4-3-1-2 aus irgendwie. Oder 4-3-3. Keine Ahnung. Aber Maxi Bayer an der Sturmspitze. Der regelt das. Abfahrt. Nimmt Meiner wieder mit dabei. Auch wichtig. Auch Pokalheld gegen Gladbach gewesen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht völlig in Ordnung aus. Alles gut. Alles gut. Oh gut. Kein Problem. Ja, alles gut. Aber ich höre gute Stimmung im Stadion. 25.000 ausverkauftes Haus. So gehört sich das. Also, ausverkauft im Rahmen der Mitgliedschaft. Auf geht's dann rum. Die Schale suggeriert es übrigens. Aber ich muss euch leider etwas Trauriges mitteilen. Ich habe es nicht bewerkstelligt bekommen, dass Sunny, also der Hund, auch heute mit dabei ist. Live während der Partie. Er war heute hier. Ich hoffe, dass er seinen Spirit noch auf das Spiel auswirken kann. Aber er ist auf jeden Fall jetzt gerade nicht da. I take full responsibility. Ich hätte es bewerkstelligen können. Habe es nicht getan. Ich hoffe, es reicht auch so. Ein Angriff nach vorne und die sind sofort so eiskalt. Ach, die sind so gut im Konter, wenn sie wollen. Und Kunku ist halt einfach so ein Waller. Das ist so ärgerlich. Versuch, okay, vielleicht nicht ganz glücklich, da er den Ball verlässt, aber wie schnell die das überbrücken und wie offen wir dann hinten sind. Ja, die kleine Lücke dazwischen. Und der ist halt so gut drauf, der Junge. Ah, ärgerlich. Ach, Leute, was soll ich erzählen? Das ist halt einfach zu naiv. Das sind zu... Das ist Quatsch von Dimas. Körpersprache katastrophal. Darfst du nicht machen. Und dann ist das halt einfach... Ja, du kannst den Kunku halt nicht im Ansatz so alleine stehen lassen. Und das ist halt... Das ist peinlich. Das darf auf gar keinen Fall sein. Aber du darfst den Kunku halt alleine schon nicht so überhaupt diesen Lauf machen lassen. Das ist das Problem. Wenn du gegen Leipzig versuchst mitzuspielen, hast du als Zweitligist dieses Risiko. Ist so. Wird jetzt unglaublich schwer zurückzukommen. Leider. Ja, und damit ist dieser Vlog vorbei. Es sieht jetzt anders aus als normalerweise. Aber man kann auch nicht erkennen, wie kurz meine Haare im Vergleich zu vorher wirklich noch sind. Ich habe gerade schon gesagt, das seht ihr da im nächsten Vlog. Es ist Inception. Ich drehe den nächsten Vlog schon. Jetzt mache ich noch das Outro von diesem Vlog. Es ist komplett wild. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr alle einen Daumen nach oben da ist, ist jetzt alles ein bisschen schon her. Es hat sich ein bisschen verzögert. Auch aufgrund dessen, dass ich ein bisschen außer Rand und Band war, beziehungsweise ausgenockt war am Wochenende. Ich konnte nicht schneiden. Es hat sich alles gezogen. Aber ich hoffe trotzdem, dass das Ganze noch ansatzweise für euch gepasst hat. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Passt dabei auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Tschüss. 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 Weiter geht's. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020